Musik 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 Ok Ich guck jetzt sofort auf den Bildschirm und will jetzt auch schon die Begrüßung machen Ok Ich will jetzt so machen Ok Ich bin hier nur fürs Winken Sende Signale, ich sende Signale Ja Hallo Leute und wieder einmal willkommen zu einer weiteren Runde Outlast Lars Lars Was Ähm Gefängnisblock Ich hab keine Ahnung wo wir noch lang müssen Ich glaub wir kommen von da Ich hab schon längere Zeit nicht mehr gespielt Ähm Kommen wir von da? Hallo Ich glaube wir kommen von da Wir kommen nicht von da Wir kommen nicht von da Ähm Dann komm wir von da So mal kurz Ja Oder? Ich hab keine Ahnung Wir kommen nicht von da Dann komm wir von da Ich habe keine Ahnung mehr von wo wir kommen. Ja und schreie. Okay, zunächst erstmal die letzten drei Folgen. Die waren ein bisschen asikron. Game Sound wurde nicht aufgenommen, durfte ich alles mal nach aufnehmen. Das war die kurze Info. Das war sehr viel Schnittarbeit. Achso. Ja, toller Schatten. Ich bin voll die Kante. Also hier haben wir erstmal die Beine in unserem Hals und da sind wir voll die Kante. Ne, was gibt es leckte, so ich, keine Ahnung, wir müssen jetzt durchduschen durch. Ja, das heißt, ich soll irgendwas kurz drücken. Kurz M oder so, was? Hat sie vorhin gesagt. Nur kurz die Tür aufdrücken. Ich glaube, wir kommen von da, ja, das sind wir durch. Da, von da kommen wir. Von da kommen wir. Stimmt, da war ja YouTube unterwegs. Dann hier vielleicht was übersehen, Regal. Nein, nein. Okay, tschüss. Ich möchte gerade eben N drücken, weil... Das war 84, ne? Nein, warte, das war 84, F, F. Ich dachte, N drücken wir mal an, links, da. Ich komme links, wo die jemanden, da, dann gehen wir rechts. Äh, äh, äh. Na, klassen. Eine verschlossene Tür macht mich mehr glücklich. Ja, genau, hier, hier, F, weil es so hell ist. Wir müssen aber durchsachen. Oh, der Lesen. Erstmal schön leer machen. Oh, ein Kackstuhl. Ich habe aber Angst, wenn ich jetzt noch hingehen würde. Und warum ist es da so locker? Ich weiß noch nicht, wie es schon ist, da reinzugehen. Ich will es nicht lesen. Okay. Ich vertausche es jedes Mal, ne? Dokumente. J. J. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer 1, 4, 8, 6, 1, 6 von Merkow, Patrick Systems. Keine lebenden Anverwandten, oh, der Arme. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Haben wir ja das Licht so, hm, hm. Ähm. Akten Nummer 8, 7, 3, 2. Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Pervers. Pervers. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre Geschlecht, männlich, Farbe, Rasse, weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Bitte angeben, also ledig. Geburtsdatum, 26. Oktober 1918, Geburtstag Deutschland, immer schon in die Deutschen, ne? Datum des Todes, 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstürmungen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursache waren folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Die Frage ist, warum liegt so eine Urkunde einfach irgendwo im Trakt? Man... Kaffee. Das war irgendeiner, der Kaffee getrunken hat. Alle Leute, die Kaffee trinken, sind das verdächtig. Koffein tötet Menschen. Da siehst man's. Ah ja, follow the blood. Ich glaube, hier müssen wir nicht vorbei. Hey, der hat auch mit der Kamera aufgenommen, oder? Oder, äh, ich dachte, das wäre eine Kamera, aber es ist ja ein Walkie-Talkie. Ich habe meine Brille nicht auf, ich darf falsch gucken. Okay. Kill me. Oh, da liegt mein Frühstück. Das ist Hirn, das ist Darm, das ist, glaube ich, Lunge. Da wissen wir alle, was das ist. Penis? Und das ist eine Hand. Ein Halbplack. Da liegt's im Kopf, WTF? Okay. Und das lassen wir jetzt eigentlich Blut? Ja. Hinterlassen wir. Also. Hier so schön sich Blutlachen auf und jetzt hier. Da. Hier hinterlassen Blutspur. Oh, oh. Ähm. Ja, hier lang. Wir haben das jetzt uns doch so geeinigt. Ich spiele zwei Folgen. Das war in einer Session. Ja. Und danach der gute Christian. Ja. In einer weiteren Session. Ich habe immer so ein Megalärm. Nein, müssen wir irgendwas drücken, habe ich gerade gesehen. Ich befürchte, wenn dann was. Genau deswegen rufe ich mich zuerst um. Kann man das aufmachen? Kann man das die Tür aufmachen? So, können wir hier schon mal durchlaufen, wenn was... Ich lasse lieber zu, für den Fall, dass es doch von da hinten durchkommt, wenn da was kommt. Da ist auch nichts. Ist auch nichts. Läuft ja irgendwo jemand rum. Wäre nicht cool, wenn du da Leute rumlaufen sehen könntest, die dann ein bisschen über die Kameras verfolgen könntest. Ach, die wechseln auch noch, oder? Aber das würde ich echt fallen, wenn du so bin. Ja, klar. So, wenn mal der Fertzakt durchläuft oder der Doktor. Nee, nicht Doktor, Priester. Priest. Was, soll ich was drücken, oder? Ich gucke, ich glaube, ich da hinten hat den Garten rum. Drück, drück, drück. Ah, okay. Ich tue es. Okay. Schlau. Oh, no, oh. Geh da rein. Okay, wir hätten doch noch was gucken können. Hä? Wir hätten uns doch noch umschauen können. Aber mal guck bei den Fetten. Ich gucke gleich hoch. Ja, lustig, wenn ich da bin. Na, los, komm. Los, komm. Da ist er, da ist er. Hallo. Okay. Nicht da, wo wir es sitzen. Was macht der jetzt? Ich glaube, dass wir da hinten nämlich lang müssen. Ist er weg? Ja. Ich habe eine Tür gehört. Ich weiß es nicht. Sag mal, muss ich springen runter. Oder auch nicht. Super. Wir hätten schneller sein sollen. Scheiße, der kann jetzt hier überall sein. Ich will nicht jetzt so voll hier oben drin hängen. Der Typ hat echt Probleme. Ich komme hier hinten rum. Oh, oh. Nein. Okay, das war's, das war's, das war's. Ja, was soll ich machen? Was soll ich da machen? Stimmt, alle Türen schließen dann. Okay, du musst da drüber. Ich muss da hinten und dann auch deine Tür raus. Du kannst mich durch die Tür nicht mehr durch, weil die jetzt abgesperrt ist. weil du jetzt... Sie, ähm... das, was ich... Ja, was ich da bin, bis jetzt... du durch ist? Das ist doch. Weil ich mir sonst in die Arme renne. Das ist doch! Hallo, du musstest das Loch! Ich muss einmal hier zur Jerusalem. Nein, du musstest das Loch. So, ist jetzt einmal her. Ja, das ist doch schon klar. Ich bleibst nämlich schon, aber ich glaube unten, jetzt gleich einmal um den Block herum. Nein, muss ich denn... hier sie ist tot Leichtermann so Sturz gebremst und jetzt die Kammer die muss überlebt haben Kälter Gott sei Dank Hauptsache hat die Kammer überlebt, das ist doch das Wichtigste Warum ist das Licht ausgegangen? Ich würde sagen, weil es gab da so eine Feuerexplosion Super Super Okay, man kann sich ja unterbetten Da sind Betten drin Ich weiß, dass man sich unter verstecken kann Das würde dann ungefähr so aussehen Ja Aber warum sind die Betten? Ach Alter, leg mich doch im Sack Versteck dich, versteck dich, versteck dich, schnell, schnell, schnell Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss Ich muss auf jeden Fall da irgendwo hin Du musst, glaube ich, nach oben Ja, ich weiß, du warst eine Barrikade, da muss ich drüber, aber Und dann? Wo muss ich da hin? Ich kenn den Weg nicht Das ist eine Treppe, glaube ich, nach oben Wenn ich mich recht erinnere, musst du auf eine Treppe hoch Wenn ich mich recht erinnere, musst du auf eine Treppe hoch Wo ist der? Fuck Oh nein. Warum hast du... Der Akku ist gleich. Ja, aber da war noch voll viel Akku drin. Ich will doch nur mal sicher gehen und jetzt kann ich nicht im Dunkeln nachladen. Geh weg. Ich glaube ich muss rennen, wenn der hier gleich an der Tür vorbei ist. Ich weiß ja nicht in was für einem Radius der uns bemerkt. Okay, go, 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 go! Nein! Andere Seite, andere Seite, andere Seite, andere Seite! Ich will nämlich sicher fühlen, wenn er gleich auf der rechten Seite ist, weil links müssen wir lang. Ich muss auf jeden Fall links rum und dann gucken... Okay, raus, 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 raus! Ja, klar! Ich muss den jetzt gleich auf Metall hören, dann ist er eine Treppe. Jetzt. Ja. Aber leise. Druck gehen. Okay, renn, 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 renn. Warte, 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 warte. Jetzt rechts rum. Da durch. Da durch, da durch. Geht nicht. Ne, ne, rechts, also da durch, ja. Rüberspringen. Oh, wow! Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Was? Lauf, laufen, laufen, lauf, fuck! Jetzt auch da. Jetzt durchlaufen. Rüberspringen. Das wird nix. Äh, links. Jetzt kannst du da durch, jetzt kannst du da durch! Ich weiß nicht, wohin. Da durch, da durch, da durch! Schlech, 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 schlech. Oder aus, 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 aus. Mach nachtig aus. Ich war ein Wechser. Okay, ey, du ist noch nicht vorbei, du ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei? Ja, sicher, sicher. Fick dich! Fick dich! Ich geh immer wieder zum Fettzeug zurück! Fuck! Ich wollte nur gucken, ob da noch irgendwelche Räume sind. Ja, aber ich dachte, vielleicht kommt der jetzt... Darum, ne? Ja, ich war mir sicher, ob er da durch kann. Da siehst du, guck mal, da waren wir grad eben, ne? Ja, von da kommen wir. Ja, das mein ich ja. Und ich dachte, der Fettzeug kommt da durch. Weil, wenn Musik war doch so bedrohlich, sag mal so, das hält den auch nicht auf. Der hat grad eben eine Eisenschörer von durchgetreten. Aber eben so. Nein, ich dürfte ihm das auch nicht aufhalten. Eigentlich nicht, weil... Der macht aber entspannter. Ha! Kann man da nicht mehr lang? Doch! Da aber kam der Fette. Da nicht mehr hinsehen. Also geht er bloß nicht dadurch, ey. Ganz sicher? Ja, da ist er durch. Da hat doch gar was komplett gemacht. Ja. Ja. Freude sich doch mit dem Fetten. Die Musik ist ja nicht mehr da. Freude sich mit dem Fetten an. Warum nicht? Der hat auch einen Freund verdient. Vielleicht ist er deswegen nur so... ...wild auf uns. Ja, da hat er so auf uns rumprügelt. So, hey. Wollen wir Freunde sein? Blippig. Dieses Arsch doch hier gerade noch. Guck, der hat Angst. Der will Freunde haben. Oh, ja. Weißt du, der ist voll der arme Krüppel und du hast den einfach. Der kann bei den Paralympics mitmachen. Der nicht mehr, der ist tot. Ja, als ob ich da auch reingehe. Ja, ich glaube, du musst da durchkommen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ja, du musst da durch. Ja, klar. Kate Freight. Was passiert denn da? Können wir da irgendwas sehen? Ah, jetzt muss ich gleich wieder Parkour machen. Ja, wenn die alle drinnen bleiben, dann geht's ja. Ja, das ist die Tür, geht's hoch. Alle kommen raus. Nicht, nie im Leben. Guck mal. Was zum Fick? Guck mal, der kann nichts machen. Sicher? Okay. Ganz sicher? Okay. Das ist was geiles, das juckt ihn. Quatsch ihn nochmal. Ey, warte mal, warte mal. Film den mal. Warte mal. Wir müssen ja alles filmen. Moment, ich muss nur... Was musst du? Ja, na los, sag das Geheimnis. Ey, verrat' uns, los. Ja, los, hilf uns. Aber, äh, mach das ganz schön brutal, ey. Schlägt er den einfach. Wir haben einen Freund. Hallo. Oh, schade. Guck mal, der folgt uns. Nein. Wir haben alles voller Freunde, aber kann man die Toiletten eigentlich benutzen? Nein. Doch. Da stand ich, es sind keine Finger drin oder Arme oder Beine oder sonst einfach. Ja, verdreckt ist ja egal, äh, saubere Kloß, saubere Kloß findest du ja nicht. Alter. Ah, ist okay. Ey, war schon ruhig. Hier ist doch bestimmt irgendwas drin. Aha, super. Alter, fick dich mit deinem Seil nicht, ey. Ich wollte die Geschichte von dem Lesen. Das hat sie ja gelb. Alter. Ja, wo, Alter. 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 In preparator. Ja. Alter. So, welcher Wichser stößt mich jetzt sofort wieder runter? Ah, ich brauche ein paar Hilfe um ihn zu verbringen. sicher sicher auch nix er hat spaß die folge ist vorbei warte 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 jetzt nochmal zum schluss dann gehts in der nächsten folge in diesem komischen knast weiter auch wieder mit mir ja aber ich spiele ja jetzt auch beziehungsweise ich spiele ja ich mache nur ein spitz ich bin nicht tidies jetzt vielleicht ok bis zur nächsten folge tschau ja 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 ja